Hey Leute und wir kommen zurück zu Pokemon Fusion Origins. Wir haben in der letzten Folge endlich diesen verdammt schweren Weg geschafft. Durch den Geisterwald, durch den Felsentudel und durch zwei weitere Gebiete. Wir sind jetzt endlich da in der nächsten Stadt, haben ein neues Pokemon Center und wir haben hier die zweite Arena mit Misty. Und wir beten, dass wir die heute einfach mit unserem Vogel durchrasieren. Das war so meine Hoffnung, Intention. Ich dachte mir, komm, ich scheiß mal drauf, erstmal zu leveln. Und ich gucke einfach mal, können wir es schaffen, in unserem Pflanzenvogel einfach so die Wasserarena durchzurasieren? Das ist noch so die Frage. Das Problem halt an meinem Vogel ist, dass er auch eine Schwäche hat gegenüber Flug. Und die meisten, also der Gegner Fisch, der müsste eine Flugattacke haben. Wasser ist schon mal geil, wenn Wasser einsetzt, da freue ich mich schon mal. Dann haben wir schon mal eine schöne Pflanzenattacke mit Gigasauger. Und wir werden schon mal ordentlich Damage reindrücken. Yo, One Hit ohne Critical Hit. Sehr geil. So fängt das schon mal gut an, Leute. Wenn das so weiterläuft, dann freue ich mich. Und nebenbei trainieren wir natürlich unseren Dinosaurier, sozusagen unseren Drachen. Ah, perfekt. Ah, der macht ja immer, dass regnet. Genau. Da war aber, glaube ich, eine Flugattacke auch ziemlich effektiv, ne? Dieser blöde Regen. Äh, Flugattacke müsste da gut sein. Yo, fast besiegt. Critical Hit. Wahrscheinlich nutzt der Gegner jetzt einen Drang, was mich einmal nervt, wenn es regnet, dass er jede Runde sagt, es regnet. Äh, es regnet. Äh, es regnet übrigens. Das geht auf den Nerven. Okay. Gegner nutzt schon mal keinen Drang. Das ist schon mal gut, um den ersten zu besiegen. Der erste war es leicht. Punkt. Der war jetzt extrem leicht. Ich habe auch mein ganzes Geld ausgegeben. Das heißt, wenn wir verlieren sollten, scheiß drauf. Äh, dann ist halt so. Ich will jetzt auch nicht irgendwie speichern. Und zwar, ich versuche jetzt einfach mal, diese Wasser-Arena mit euch durchzuraschen. Ich hätte auch nichts dagegen mehr, wenn wir mal eine kurze Folge hätten. Denn die letzten Folgen haben mich aufnahmetechnisch immer ewig gedauert. Und ich bin ja mitten im Umzug, wie ihr das Ganze seht, ne? Er hat nur ein Pokémon. Okay. Ah, den kennen wir ja schon. Ha. Mal gucken, ob wir das gut Schaden machen. Das ist ein Kampfwasser. Yo, One-Hit und nur ein Pokémon vom Gegner. Lol. Lol. Okay, das geht jetzt auch ein bisschen schneller als gedacht, ne? Geht ein bisschen schneller als gedacht. Dann haben wir verloren mit einem Pokémon. Lol. Und jetzt sind wir schon bei Misty. Okay, Leute, jetzt wird es spannend. Können wir Misty first try mit unserem entwickelten Pflanzenvogel besiegen? Das ist die Frage. Hat er Elektroattacken? Hat er Feuerattacken? Oh Gott, drei Pokémon hat Misty. Doppelkampf? Oh mein Gott. Und sie hat ne Knackrack-Fusion? Sie hat ne Primarene-Fusion und ne Knackrack-Fusion? Scheiße. Scheiße. Das ist schlecht. Perfekt, dass wir das nicht angegriffen haben, als Protect einsetzt. Gigasauger. Es ist ja auch ein Wasserdrache jetzt, oder? Bodendrache. Was auch immer. Es muss ja effektiv sein. Juhu. Critical Hit. Perfekt. Problem ist, dass wir die zweite jetzt nicht angreifen können, weil die ja Protect besitzt. Das heißt, ähm... Oh, Level 15 für unseren Bruder Lander. Perfekt. Takedown. Oh. Takedown. War ne Kampf-Attack? Ne, normal-Attack. Ne, normal-Attack. Also hat's der User. Genau. Hm. Ne, lass mal mal sein. Leer mal nicht lernen. Okay. Oh, jetzt hat's ein nächstes Pokémon ein. Kann ich doch noch angreifen? Oh mein Gott, ist das hässlich? Ist das hässlich? Das ist die Weiterentwicklung von dem Kleiner, was wir vorgesehen haben. Dragon Breath funktioniert natürlich nicht, was ne Fee ist. Fee ist jetzt nicht gut. Und Wasser ist auch nicht gut. Also ich muss den jetzt Gigas saugen, um den vielleicht zu schlitzern. Protect hat gefailt. Perfekt. Und der hat Regen eingesetzt. Okay, die gehen ja scheiße. Ne, Rainfall. Oh, das ist eine Attacke. Das war Regen einfach nur. Rainfall war doch dann sehr mächtig, ja. Oh, scheiße. Okay, 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 okay. Jetzt muss der Drache rein. Ich hab nichts anderes gehabt. Also, Gigasaur kommt schon. Aber ist das auch noch ein Käfer? Ja, super effektiv war das. Lol. Das war super effektiv. Uff. Level 27 ist also ne Hardcore Sache. Ich versuche das Pokémon zu paralysieren. Also Rainfall ist extrem stark, ey. Weil es immer zwei unserer Pokémon angreift und der hat es jetzt auch besiegt, ja. Ey, das ist mächtig, ne. Das ist echt mächtig. Scheiße, wir haben halt nix, ne. Wir haben halt einfach gar nix. Wir müssen irgendwie dieses blöde Rainfall-Pokémon da umkriegen, ne. Problem ist, dass Misty sicher einen Trank benutzen wird. Oder es ne nervige Beere tragen wird. Ah, und? Bubble Beam? Okay. Seht es das ne nervige Beere oder nicht? Das ist hier die Frage. Hm. Oder wird's geheilt? Wenn's geheilt wird, ist es noch schlechter eigentlich. Ah, es wird, glaube ich, geheilt. Hm, das Vieh-Down zu kriegen dauert ja drei Jahre. Ah, er wird geheilt. Kann ich auch, wenn ich... Full Restore sogar! Lol! Alter! Okay, das ist krass. Das ist krass. Full Restore ja auch noch. Nicht nur von Supertrank oder so. Ne, ne. Oh Gott. Das Vieh-Down zu kriegen, ey. Und ja, ich scheiß gerade auf Primarene nebenbei komplett. Dieser Regen macht sich auch die Wasserattacken direkt stärker. Oh, Mann. Quick Attack, oh. Damage reindrücken. Vielleicht reicht das nämlich, um jetzt mit unserem Gigasauber es zu besiegen. Auch wenn ich jetzt leider... Criticate, lol. Auch wenn ich jetzt leider nicht andere Pokémon sozusagen mit trainieren kann. Weil die ja immer One-Hit sind. Ihr seht's ja, ne. Unser Feuerparkon ist wirklich abgenippelt. Aber ich hab jetzt auch nicht mit einem Doppelkampf gerechnet. Also, das ist schon... Ohne unseren entwickelten Pflanzenvogel hätten wir... Oh Gott, daneben. Hätten wir einfach gar keine Chance. Null. Nix. Nada. Niente. Was das Problem ist, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch ein... Wahrscheinlich wird sie noch mal was einsetzen, ne. Zum Heilen, ne. Protect. Ja, mach ruhig. Interessiert kein Schwein. Und... Icy Wind. Oh, oh. Okay, Misty. War jetzt doch nicht so einfach. Wir gehen noch mal rein. Hab ich mir leichter vorgestellt. Aber das Pokémon ist ja jetzt zum Glück direkt nebenan. Scheiße. Ey, das hab ich mir leichter vorgestellt. Dass es in der Eisertage auch noch kann, hätte ich nicht gedacht. Und vor allem, dass es so krass defensiv ist. Es ist eigentlich nur ein kleines Insekt sozusagen. Und dazu noch ein... Ähm... Ja, der Fisch, der jetzt nicht wirklich stark ist, ne. Wie geben wir unser Geld aus, würde ich sagen. Wieder, falls wir noch was haben. Ne, wir sind ja leer. Lol, Misty hat einfach unser ganzes Geld genommen, ne. Misty hat einfach das ganze Geld genommen, was wir hatten. Misty, du, du. Kleine, du, kleine, ne. Piep, ne. Wir haben das ganze Geld geklaut, lol. Einfach das ganze Geld geklaut. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht hier irgendwie vorher speichern, laden und so weiter. Denn wir kriegen ja auch gute Erfahrungspunkte, ne. Und ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab jetzt mein Feuer-Pokémon nicht ausgetauscht. Obwohl es prinzipiell eh egal ist, was keinen großen Unterschied macht. Das heißt aber, au. Macht das jetzt... Ne, macht keinen Unterschied, ne. Das war das Glas-Protekt-Einsatz. Ich hab jetzt absichtlich nicht das Pokémon angegriffen. Können wir das wieder wollen hätten? Ja. Krass. Und jetzt kommt das zweite Pokémon rein, wo wir vorher null Schaden gemacht haben, weil wir eine Drachen-Attacke gegen eine Fee eingesetzt haben. Jetzt hab ich aber Slash eingesetzt, wo wir endlich mal drauf hoffen, dass es einen Critical Hit macht. Überhaupt nicht. Und es macht überhaupt keinen Schaden. Es ist unglaublich, was dieses generische Pokémon wieder für eine Verteidigung hat, ne. Und diesmal würde ich gerne versuchen, nämlich... Das hier loszuwerden. Protect hat gefehlt. Perfekt. Aber jetzt kommt wieder Rainfall. Scheiße. Ah, jetzt ist unser Feuer-Pokémon wieder tot, ne. Ja. Und wir haben gesehen, wenn wir kein zweites Pokémon benutzen, dann kommt der Blödsinn, dass der Gegner die Eis-Attacke benutzt, ne. Ich weiß aber noch nicht, wie ich es schaffen soll, das generische Pokémon so schnell zu besiegen. Oh, das macht ja auch keinen Schaden. Das generische Pokémon so schnell zu besiegen, dass es eben keinen Eisangriff einsetzt, ne. Sollen wir versuchen, Aerial Ace? Fake Out? Perfekt. Fake Out, stimmt. Fake Out, dann flinscht das. Jo. Man kann sich angreifen. Macht auch keinen mehr Schaden. Der kann sich heilen? Der kann sich heilen? Okay, war komplett für den Arsch. War komplett für den Arsch, den anzugreifen. Aber so ein Versuch wert. Mal ein bisschen rumprobieren, ne. Der ist echt zu schnell, ne. Die Eis-Attacke wird uns halt killen. Die Eis-Attacke wird uns killen. Wenn der Gigasauger ein kritischer Treffer wird, wäre noch alles möglich. Guckt's euch an, ey. Wir hätten's fast tot bekommen. Ach, scheiße. Ah, es wäre fast tot gewesen. Oh, man. Jetzt kommt wieder der... Jetzt setzt du dir das Item ein, um den Gegner komplett zu heilen. Scheiße. Ey, wir hätten's fast tot bekommen. Top-Genesung ist halt echt gemein. Top-Genesung ist gemein. Dann wird Protect-Scheiß. Der Gigasauger wieder. Es muss einmal ein Critical Hit werden, sonst wird das nichts, ne. Sie heilt sich halt immer gegen, sonst, ne. Ich darf natürlich es nicht in die Reichweite des Heilens kommen lassen. Ja, und jetzt ein Gigasauger wäre perfekt. Jetzt ein Gigasauger ist perfekt. Wir müssen jetzt ein Gigasauger rauskriegen, ne. Rainfall, okay, ist okay. Wir müssen ein Gigasauger-Treffen auch, ne. Sonst war's das. Sonst war's das. Jo. Sieht gut aus. Und das stärkste Pokémon ist Down. Leute, es ist Down. Wir können Misty jetzt wirklich im zweiten Versuch besiegen, ne. Wir können Misty im zweiten Versuch besiegen. Und unser Drache ist noch ein Level-Up. Wir können Misty im zweiten Versuch besiegen. Oder auch nicht. Wir sind verwirrt. Beide sind verwirrt. Und das gegnerische Pokémon hat Heilung. Und er macht Protect. Das ist schlecht. Denn so kann er uns dazu bringen, uns mit Selbstverletzten zu töten. Ich überlege gerade echt krumm, ne. Bunny, nicht mehr verwirrt, kann einen kleinen Damage machen. Ach. Das ist nicht gut, Leute. Es läuft nicht so geil. Ich hätte es mir besser erwartet, da der eine jetzt tot ist, ne. Da der eine Tod ist, hätte ich mir mehr erwartet. Bunny kämpft tapfer mit. Nein, mir auch mich zu verlieren. Wir können, wir müssen, natürlich jetzt eh unseren Drachen rausholen, müssen beten, dass der ein bisschen mithelfen kann, ne. Also knapp gedrückt. Wir müssen beten, Leute. Das ist ein harter Kampf. Hätte ich nicht damit gerechnet, aber hätte ich rechnen sollen damit. Jetzt hat Gigasauger mal, jetzt hat es mal funktioniert, dass wir nicht verwirrt wurden. Und ich durche kein Gigasauger benutzen, weil ich getroffen habe. Protect. Toll. Wir sind weiterhin verwirrt. Und Selbstverletzten. Protect daneben. Oh Gott, endlich nicht mehr verwirrt. Jetzt Gigasauger, perfekt. Lebensenergie heilen. Jetzt muss ich nochmal treffen, aber. Nochmal, jetzt einmal treffen und er sich nicht heilen. Wir müssten gewonnen haben. Bitte, 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 bitte. Jo, Misty im zweiten Versuch besiegt. Ich freue mich an Arschweck. Dank unserem mega geilen Vogelchen. Oh Gott. Er hat es geschafft. Alter. Und so viel Geld bekommen. Oh Gott. Wisst ihr, jetzt können uns alle Pokémon bis Level 30 gehorchen durften, aber vorher schon alle bis Level 50 gehorchen. Cut any time. Jetzt müssen wir nur irgendwo rausfinden, wo kriegen wir Zerschneider. Wir können Zerschneider nur benutzen, nur wir wissen noch nicht, wie Zerschneider zu bekommen ist. Wo kriege ich Zerschneider her? Von welchem Ort bekomme ich Zerschneider? Ich gehe sofort ins Pokémon Center. Gehe mal jetzt mal heilen. Woher kriegen wir Zerschneider, ist noch die große Frage. Aber wir können es jetzt einsetzen. Darf ich die Nugget-Brücke jetzt nach oben laufen? Ist so eine Frage. Wir haben es echt geschafft. Ich fressen Wesen. Wir haben es echt geschafft. Wir haben den zweiten Ohren, Leute. Wir haben einfach den zweiten Ohren. Ich bin ein bisschen fassungslos. Ich kann es nicht ganz glauben. Oh Gott. Hier nach unten geht es auch. Hier ist ein Typ mit dem Lamos. Wo kriege ich jetzt Zerschneider her? In dieser Stadt? Wo kriege ich Zerschneider her? Hier ist der Fahrradladen. Lol. Hier links geht es irgendwo hin. Flower Fields? Flower Fields? Was ist denn hier? Ah, das kleine Vieh. Was ist denn hier links? Jetzt mag es wieder Regen. Das geht mir so um den Nerven. Oh Mann, ey. Hm. Flower Fields. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier, Leute? Was ist die Flower Fields? Eigentlich wollte ich die Nackenbrücke hoch. Ich Idiot. Wir sollten umdrehen. Wir sollten instant umdrehen und die Nackenbrücke nach oben laufen. Wäre hundertmal schlauer. Ja. Punkt. Aus Ende. Egal, wo es hier hingeht. Ich sollte die Nackenbrücke hochlaufen. Gibt es hier nur diese blöde Insekten-Pokémon? Nee. Auch die. Die Weideklinge rosa Rade. Okay. Ah, von Diffusion. Zack. Können wir kurz besiegen. Bisschen Erfahrungspunkte snacken. Trainieren muss ich auch sowieso. Haben wir für Erfahrungsmonte? Gibt es denn 96? Ist nicht viel für beide. Hm. Hm. Eher Trainer besiegen wahrscheinlich. Flower Fields. Hm. Okay. Nochmal. Der bei 18. Es gibt vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Ah, wieder zauern. Sehr schön. Wie viel? 115. Ah, geht so. Geht so. Geht so. Könnte besser sein. Wenn wir die Flower Fields, ja, ist jetzt nicht sinnvoll, darüber zu gehen, wenn ich jetzt nicht über die Nackenbrücke darf. Ich weiß es gar nicht. Darf ich über die Nackenbrücke? Was dem Typen hier mit dem Slowbro? Sonic Boom. Okay. Der versucht, dem was beizubringen. Scheint ja nicht so effektiv zu sein. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Oh, beim 3-Nestbälle gefunden. Ähm, okay. Also hier komme ich sowieso nicht weiter, außer über die Flower Fields. Von rechts kommen wir. Da steht ein ganz mysteriöser Typ. Okay, er sagt, er ist unschuldig und greift mich jetzt an. Das ist mit dem falsch. Mach, äh, was? Mach, 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 machi? Na, mein Bruder. Oh, mach mir so wenig schade mit Slash. Ich verstehe es auch nicht. Ja, es ist eine normale Attacke. Wir sind keine normale Pokémon, aber what the fuck? Das ist doch eigentlich eine richtig geile, ähm, normale Attack. Ich mache es auch keinen Schaden. Oh, okay. Also ich muss es am Ende jetzt noch schön vergiften, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Ein HP und muss uns noch schön vergiften. Natürlich. Heile es sich jetzt auch noch vielleicht. Nein. Okay. Ein HP, natürlich. Muss es sein, dass man vergiftet wird, ne? Ah, Tokio Level 24. Ich bin auch gespannt, wann sich das entwickelt, ne? Dragon Rage. Uh, uh, uh. Dragon Breath war ja 60. Dragon Rage. The foe is hit with a shock. Wafed it. Genau, immer. Brauchen wir das? Aber nochmal Piss weg. nochmal Piss weg in der Dragon Rage. Why not? Why not? Dragon Rage. Dragon Rage. Wul. Okay, es hat es wieder nach Feuer an. Ist das gerne Wulpix? Jo. Das ist so süß. Das ist so süß. Dragon Rage. Wie viele Lebenspunkte hat der Gegner? Immer 40 Schaden ist schon geil. Immer 40 Schaden ist schon geil. Hm. Und der Gegner hat gerade selbst sich getötet. Auch gut. Gefällt mir. Er hat Zugabe gemacht. Wir mussten nochmal angreifen mit der gleichen Attacke. Hat ihn gekillt. Dann was ist mit dem Typen hier los? Oh, wir haben TM erhalten. TM 46. Okay. Geil. Das ist noch ein ganzer Bock. Mann, heil. Ich wollte aber rausfinden, ob ich Nugget Brücke besuchen darf nun oder nicht. Das war eigentlich mein Ding, was ich rausfinden wollte. Ah, wann entwickelt sich unser Clurac? Vielleicht auf dem Level von Clurac? Das Myrapla hat sich auch ganz komisch entwickelt. Also, ich glaube eher, dass die ihre eigenen Level-Ups hier haben, wo sie sich entwickeln. Ich weiß, dass einer nur wissen, ob ich die Nugget Brücke betreten darf. Hm. Theoretisch ja, aber nur mit Zerschneider. Und wie komme ich da hin? Hm. Der Zerschneider hier sieht auch echt komisch aus, ne? Ah, diesmal wurde der Bikeshop überfallen. Was? Der Bikeshop hier links wurde überfallen? Der hier wurde überfallen? Normalerweise würde er was anderes überfallen. Hm. Kostet immer so viel das hier, okay? Hm. Okay, also hier kann man... Also wir müssen wahrscheinlich über die Flower Fields weiter laufen, denke ich. Das ist der einzige Weg, den wir laufen können, also. Das heißt, hier ist es doch richtig. Aber Leute, hier gehen wir erst in der nächsten Folge weiter. Ich brauche jetzt drängende Pause und einen Kaffee. Leute, wenn es euch gefallen hat, wie immer, dass wir Misty easy besiegt haben, gerne einen Däumchen da oben. Also, Meinungen zu missten die Kommentare und vergessen nicht, kostenlos zu abonnieren. Viel Spaß im Wies auf der Endcard, Bruder, Schwester, Faust, genau. Haut rein. Und ciao. Schönen Tag-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-